Gute Pass! 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 Siegauer auf Mitte 1 mit Shamir Zianino, Teilhain-Deletter an den Gründchenplatz. Esgauer auf Mitte 1 mit Shamir Zianino, Teilhain-Deletter an den Platz 3 und 4. Gute Pass! 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 Gute Pass Nummer 4 wird Sieger Friedrich Pötten, KFC Leipzig, aber liegt gar nicht im fünften Platz. Nächste Partung, Nummer 4, um Platz 1 und 2 gehen in Rohrl mit Schupfer, AAC Stahl 5 gegen Karl Schilfkopf, AAC Stahl 5 gegen Karl Schilfkopf, AAC Stahl 5 gegen Karl Schilfkopf, AAC Stahl 5 gegen Karl Schilfkopf. Applaus Auf! 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 Letzte Hüfte rein! Hüfte vor! Dann raus! Die Flüge! Raus! Huber! 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 Wieder abgefahren! Huber! Achtung! Deine Fassel! Oh, ist das? Huber! 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 Bist du auch! Hier ist es gut! Hier ist es gut! Hier ist es gut! Er bringt ihn auf dem Tor! Oder auf dem Tor! Er ist gut! 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 In die Zone stellen, guck mal, raus! Wasser, raus, stell, los! Wasser, ich zeig dir, ich will! Über deine Wasser, raus, stell, stell, raus! Was ist noch einreißen? Wenn du jetzt ausfällst, stell, raus! Jetzt, lass, lass, stell, raus! Und neue Drei, ich will! Jawohl! Nr. aufstehen, aufstehen! Jetzt, lass, raus! Jawohl! Jawohl! Auf geht's, auf geht's, auf geht's. Sieger auf Matte 2 wird Levi Martens grimmen, damit kriegt er den 3. Platz. Nächste Power, Matte 2, Muramat, Malzakow, Sie leiden sich gegen Albin, Seifert, Werner. Matte 2, Beinsportbring, Freude, Jeno, Platz, 5 und 6, damit ich lasse mich.